Diese hier zum Kauf angebotene neue 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Walluf. 2014 wurde das Mehrfamilienhause erbaut. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon sowie zwei Parkplätze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei einer Wohnfläche von ca. 117 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 339.000 Euro. KP International steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017